Gutbrot Fenster ist einer der führenden Produzenten für Kunststoff-, Holz- und Holz-Aluminiumfenstern in Süddeutschland. Als Vollsortimentanbieter sind wir Partner von Bauherren, Architekten, Generalunternehmern, Fertighausherstellern, Bauträgern und Wiederverkäufern. Mein Name ist Stefan Reitze. Und mein Name ist Uwe Kopf. Wir sind die Geschäftsführer der Firma Gutbrot Fenster und Thüren GmbH & Co. KG aus Bordelshausen nahe Tübingen. Gutbrot Fenster steht für hochwertige Produkte und umfassenden Service. Von der Angebotserstellung über die technische Detailklärung, über die eigene Produktion bis hin zur Montage und den Kundenservice, kommt der Kunde bei uns die gesamte Abwicklung alles aus einer Hand. Wir möchten unsere Kunden mit ganzheitlicher Qualität und individueller Kundenbetreuung begeistern. Die Kundenbetreuung endet bei uns nicht mit dem Einbau. Auch lange nach Abschluss der Montage steht unser Kundendienst bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Kunden sollen lange Freude an ihren Fenstern haben. Deshalb legen wir höchsten Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit. Dies betrifft sowohl unsere eigenen Produkte wie auch hinsichtlich unserer Zulieferer und Partner. Da wir auch beim Thema Rollladen und Sonnenschutzsysteme beste Produkte anbieten, hat Gutbrot mit Roma seit Jahrzehnten einen leistungsstarken Partner an seiner Seite und kann so durchgängige Höchstqualität vom Fenster bis hin zur Beschattung anbieten. Im Gutbrot-Portal unserer modernen Musterausstellung hat der Kunde die Möglichkeit, die Produkte kennenzulernen, anzufassen und die Qualität hautnah zu erleben. Den Kunden erwartet in unserer Ausstellung eine Vielfalt an Fenstern, Haustüren und Beschattungslösungen. Hier können wir den Kunden individuell beraten und für ihn, für seine Anforderungen die passende Lösung anbieten. Wir sind als Familienunternehmen seit 1964 in der Region fest verwurzelt und beschäftigen rund 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir möchten die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden verstehen und finden somit auch die ideale Lösung für jedes Bauvorhaben. Wir können die,Text und Bedürfnisse holen, durch die industrie für seine Kunde und π